28,35 Ey, pscht, der Ankerzähl beginnt Ich mach Schwer, ich mach Schwer, ich mach Schwer, ich mach Schwer Rosa, lass BW Nein, ich hab eine IP-Sperre, ich wurde gebraucht gerade Soll ich mehr Schwer oder so? Sogar mit Bert Zieflütte werd ich gebraucht Was ist so ein kranker Ficker, muss ich sein? Ohne Fix Flugs jetzt Uh Mike, warum provozierst du mich indirekt? Mein Scherz ist weg Mein Scherz ist weg Hä, mein Scherz ist ganz kaputt Ja, hab ich euch nicht kaputt? Nein, du musst einmal eins drücken Ja, hab ich, geht da nicht Nein, du musst da draufklicken Mit der Maus Oh mein Gott, ich schick euch gleich ins Video, ich hab euch ganz kaputt No joke, jetzt werde ich nicht wiederkommen Das kommt gleich wieder Ah, okay, ich hab, das war aber nicht die da Ich war oben mit dem Fall Sie einfach andere Seite, ich hab euch nicht mit gerechnet Ich hab nur eine Chance mit so und so Hat nur vier Blöcke, ne Wo ist er? Keine Picke Wie willst du schon meinen? Wann ist das Picke? Wir brauchen meine Picke Ich mach jetzt gerade Ich hab auch noch einen Monat Minimum Wir haben Sticks als Alex Ich mein es halt ernst mit dem Monat Hast du das Schwert Alex? Nein, ich hab Sticks Guck, wir haben keine Picke oder Blöcke Ist ein paar Blöcke? Ja auch kein Picke Hm 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 Mein Kopf ist so gefickt Ja mein Kopf ist so gefickt Uh, mein Kopf ist so gefickt Komm mal wirklich Sticks, Alex, bitte Ah Okay Nein, einfach mein Kopf und meine Haare Ja, Mann Bro Im Glück hab ich Sticks vorher geduldet Mann, nicht Boah, heiß gehen da Hinter dir Bim, beruhig dich Das ist ein Clip Wer hat mein Shared eigentlich damit? Boah Ich hab drei Leute Also drei Leute genockt Einer ist noch oben Wenn wir es eigentlich hochpushen, ne? Zu viert Dann kriegen wir es eigentlich Ich hab's auch alleine schon Ich hab's auch alleine Wetten wir? Ich hab nur einen Stick dabei jetzt Gerade hatte ich nur ein Schwert Und das ist nämlich nur ein Hafi-Q Mit seinem Bilus-Gedock Ja, der gute Mann hatte jetzt einen Stick Wetten wir? Ich werde ihn jetzt runterfahren Tenet-DC Der Mann kann gar nichts machen Der ist mal Abuser Ey, Dayflift Drop mal ein paar Blöcke Das ist für ein Bowsion Ja Falk, hast du das Vtox-Pack gesehen? Ne Falk Ja Hast du das V2 gesehen? Ja Ja Schöne mal ein Pack Recaller Der Hundesohn So er hieß Du und so Warum sagst du mir nie was? Eintracht, Digga Ja, der Vlog hab ich ja gedacht Hm, hab ich das nicht gestern gesagt? Nein, du hast nur die Fiji-Flaschen Doch, doch, das hast du gesagt Bei dem Pack steht sogar mein Adname am Anfang Nee Für Mama Mein Adname steht da und vor Den Hut Agreàng Natürlich Trotzdem dass macht er weg Wollte er vielleicht noch gönn So n bisschen music Hand gönn Ich will was ja nicht wie man es weg macht Mein Kopf ist so ungefähr Ich habe häftige Partikel jetzt Ich muss gleich mal kurz auf einen anderen Channel gehen, ich hab doch so eine gute Idee für einen Sticker für Youtube. Okay. Wolltest du mich nicht Hanabi-Gruppe reinpacken? Ja, mach ich noch. Aber guck mal David, sei mal ehrlich, das Bild ist schon lustig, dass du Usain da animiert hat. Ein bisschen wenigstens. Keine Ahnung. Aber das ist nicht so geistert. Ah, das ist halt ein Gag so für Zwischendurch. Ein Gag. Wird du nicht hören? Geck. Geck hier raus, Digga. Mich? Ja. Kim, ich würde deine Nummer liegen, wenn du drüben bist. Wird Falk nicht, aber wir brauchen wieder neue Leute in der Gruppe. Falk will meine Nummer liegen. Wir haben erst Can und so reingeholt, aber die Leute sind halt drüben in der Gruppe. Ja, ich bin extra Dunger, aber ich hab mich runterziehen müssen. Langweilig für die Nacht so, oder? Aber nicht ganz ehrlich. Okay, du bist Goldkasse. Lass einfach in die Mitte gehen, oder, Little? Ich mach eine Lit. Oh, ich hab nicht gewollt. Boah nicht von Zacken. Obwohl das ein Bogen eines Mittelsflück. Mein Kopf ist so gefehlt. Ne, kann keine P, aber ich hab gar nicht gesafed. Der Oben der Nuten so... Der Oben der Nuten so. 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 Wege kleinen Noten. Kleine Noten. Kleine Noten. Kleine Noten. Okay, Hitler. Der Türke, du bist auf. Sorry. Markus, der Anfall da muss er tut. Das ist schon gar nicht. Wir sind schon. Ja, der muss schon gar nicht. El, der Oben. Dann kann ich mit leben. Ich hätte es all abgestempelt werde von Klee. Lass es doch, lass es jetzt, provoziere nicht wieder, wir holen ihn jetzt gleich Teamspeak, oder geht es einfach um deren Teamseek? Der wird nicht kommen, der wird safe nicht hinzukommen, oder wir holen ihn nicht. Dann suchen wir endlich. Der wird drei Jahre alt sein, no front, aber... RP? Platte, erstmal faken. Dein Scheißer, denke ich, was eigenes aus, verpiss dich. Alter, ich hasse Faker, ne? Unfassbar, wie Osche Klumpen. Ey, ich fake dich auch, meinst mal für mich, Tess. Ja, hier, hier ist deren Teamseek. Du darfst das ja einfach. Denkst du mich ja gerade eh, oder was? Ne, hier ist die Tess IP. Oh, fuck. Irgendwann wird agiert. Attachend, mich kann man eh nicht stoßen, ne? Ey, das ist eine IP, das ist ja eine TR-IP. Boah, der ist so... Das sind eh kleine Scheißkinder. Der ist ja echt, der ist ja nicht schön auf front. Der ist ja echt schön auf den Baum, und will hier irgendwas sparen, dicke. Das ist ein Baumkinder auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Der als nächstes Stimm kann 3 Gold aus der E10, und ich hab die abgebaut. Ey, ich kann einer doch in den Mobile reinlegen, vielleicht? Von Mike und ich? Ist das keiner base? Und da haben nur Leute drauf? Ja, der auch. Mach mal Base, ich zieh und leg Mobile rein, von Mike und ich. Base, ich zieh Mobile rein, bitte. Dann gib mir das Mobile dabei. Ich will setzen. Mach real rap bitte. Nein. Boah, nein. Hey Mike, achte du musst den deffen. Ich hab den Bogen drin. Sehr gut Mike, sehr sehr gut. Sagt, wenn Mobile drin ist, ne? Mobile ist schon deine iPhone drin. Ich nehm's raus, warte. Ja, ich wollte setzen, David. Lass mich mal, lass mich mal, bitte. Ja. Ich hab keinen Block mehr gehabt. Egal. Ja, dann hol die jetzt ein paar Mike. Hol die jetzt. Boah. Kannst Albinos und B-Sperne. Guck mal, ich glaub im Team-Speak rüber, ne? Oh, Opfer. Ja, nackt hier rüber. Das wird ein richtig gutes Video. Hätte ich jetzt gesagt. Ja, die werden Dossen oder Bannen. Ich sag's direkt, die werden keine. Die werden ein Safety-Move hundertprozentig. Weil das solche lassen, die haben so kleine Eier. Ja. Ratte Kämpfe. Ein Konfus. Ja, derzeit.